Hallo und herzlich willkommen. Mit Raijin Tech versucht sich ein weiteres Unternehmen im Gehäuse-Segment. Ursprünglich bekannt geworden sind sie ja durch Luftkühler. Jetzt gibt es aber auch schon gleich eine ganze Reihe von Gehäusen und darunter könnte das Metis durchaus als das Interessanteste gelten. Obwohl es das kleinste Gehäuse ist, ein Mini-ITX-Modell. Was es so interessant macht, das ist zum einen das Material, es handelt sich hier um ein Aluminiumgehäuse. Das ist zum anderen dann aber auch der Preis, denn dieses kompakte Modell wird für rund 50 Euro, teilweise sogar so ab 45 Euro angeboten. Kaufinteressenten haben bei diesem Gehäuse die Qual der Wahl und zwar was die Farbwahl angeht. Das Metis wird also nicht nur in den klassischen Alufarben in Reimsilber oder in Schwarz angeboten, sondern es gibt tatsächlich auch noch einige bunte Varianten. Wir haben hier das Modell in Blau und mit kleinem Window erhalten, das hier noch mit einem Schutzaufkleber versehen ist. Wunderbar, haben wir es doch noch hinbekommen. Auf den ersten Blick glänzt das Ganze schon mal durch dieses wirklich schöne gebürstete Aluminium. Wir haben hier schön die Struktur drin. Als Design-Element dann hier dieser silberfarbene Ring, der sich auch dann im Power-Taster nochmal wiederholt. In der Front dann unten nur noch dieses unauffällige Logo. Wir sehen natürlich auch gleich, okay, externe Laufwerksplätze, die gibt es nicht. Aber wenn man sich mal das Format anguckt, ein optisches Laufwerk würde hier ohnehin kaum reinpassen. I.O.-Panel haben wir dafür und zwar hier oben gut erreichbar im Deckel, auch zeitgemäß mit den USB 3.0 Ports. Ja, wenn wir drumherum schauen, sehen wir, die Montage ist alles andere als werkzeuglos gelöst. Hier brauchen wir also schon für die Seitenteile einen Schraubenzieher. Offenbar lassen sich aber auch Deckel und Bodenpartie nach dem Lösen einiger Schrauben abnehmen. Da sollte man dann ganz gut handwerken können. Wir sehen hier auf der Rückseite das Kühlsystem letzten Endes. Es gibt also diesen einen 120 mm Lüfter. Und wir sehen auch, dass das ATX-Netzteil also scheinbar nicht an der Rückwand sitzt, sondern hier weitergeleitet wird mit diesem Kaltgeräteanschluss in den Innenraum. Das Window auf der rechten Seite ist natürlich etwas ungewöhnlich, aber muss ja hier in der Aufstellung nicht nachteilig sein. Man will das kleine Gehäuse wahrscheinlich ohnehin auf den Tisch stellen und kann es dann ja so anordnen, dass man schön das Fenster hinein sehen kann. Was wir hier an der Unterseite noch sehen, ist der Netzteilmontageplatz. Das wird also aufrecht hinter der Front montiert, sodass dieses Frontareal tatsächlich vom Stromversorger eingenommen wird. Wir sehen außerdem Gummiringe in verschiedenen Positionen, die dann zur Montage der Laufwerke dienen. Platz soll sein für 2,5 Zoll und ein 3,5 Zoll Laufwerk. Und wir sehen hier auch die kleinen Standfüßen, die ebenfalls aus einem festen Gummi bestehen und damit das Ganze entkoppeln bzw. natürlich auch den Boden schonen. Nachdem wir jetzt hier die Seitenteile demontiert haben, können wir nochmal kurz einen Blick auf die Materialstärke werfen. Das macht alles einen doch angenehmen, robusten Eindruck. Die Kanten könnten vielleicht noch ein mühsurgsamer entkratet werden, aber an der Materialstärke selbst gibt es nichts auszusetzen. Blick in den Innenraum zeigt uns dann, dass es wirklich alles sehr minimalistisch und funktional gestaltet wurde. Wir haben also die Möglichkeit, das Mini-ITX-System in diesem Segment an einem mal verkehrt rumpositionierten Tray anzubringen und davor dann eben direkt das Netzteil. Das beschränkt die Grafikkartenlänge. Maximal können hier Grafikkarten mit bis zu 17 cm verbaut werden. Das ist nun für ein Gamersystem eher eingrenzend. Mittlerweile gibt es aber ja doch glücklicherweise einige High-End-Grafikkarten im Kompaktformat, sodass man unter Umständen doch noch darüber nachdenken kann. Ansonsten sicher eher ein System, das sich jetzt nicht in erster Linie an anspruchsvolle Gamer richtet. Ja, die SSD- bzw. 2,5 Zoll Montageplätze habe ich ja schon gezeigt. Das 3,5 Zoll Laufwerk, das findet dann oben unter dem Deckel seinen Platz, hier in diesem kleinen Käfig. Ist dann also oberhalb des Mainboards angebracht. Ein wirklich sehr einfacher, aber zweckgemäßer Aufbau, der dann letzten Endes auch dieses kompakte Format ermöglicht. Und während wir hier die Begrenzung bei der Grafikkarte ziemlich deutlich drin haben, ist das beim Prozessorkühler etwas entspannter. Der kann ja die Tiefe des Gehäuses, also die Breite besser gesagt, ausreizen und dann immerhin auf 16 cm kommen. Das heißt, wir können hier tatsächlich so manchen Tower-Kühler nutzen. Vom ersten Eindruck her ist das METIS tatsächlich eine wirklich interessante Mini-ITX-Option. Vor allem für die Leute, die es halt zum überschaubaren Preis doch etwas hochwertiger möchten. Die vielleicht auch etwas bei der Funktionalität Abstriche machen können, also wo jetzt nicht die Montage komplett werkzeuglos sein muss. Und wo vielleicht auch der fehlende Netzteil Stafelte nicht das Problem darstellt, weil man dafür dann halt eben ein wirklich schickes und vor allem auch sehr kompaktes Gehäuse bekommt. Und wir werden das METIS jetzt natürlich nochmal mit unserem Testsystem bestücken und dann gibt es bald auch einen ausführlichen Testbericht auf hardwarelux.de. Kaufinteressenten haben bei diesem Gehäuse die Qual der Wahl und zwar was die Farbwahl angeht. Das METIS wird also nicht nur in den klassischen Alufarben in Reim, Silber oder in Schwarz angeboten, sondern es gibt tatsächlich auch noch einige bunte Varianten. Wir haben hier das Modell in Blau und mit kleinem Window erhalten, das hier noch mit einem Schutzaufkleber versehen ist. Wunderbar, haben wir es doch noch hinbekommen. Auf den ersten Blick glänzt das Ganze schon mal durch dieses wirklich schöne gebürstete Aluminium. Wir haben hier schön die Struktur drin, als Design-Element dann hier dieser silberfarbene Ring, der sich auch dann im Power-Taster nochmal wiederholt. In der Front dann unten nur noch dieses unauffällige Logo. Wir sehen natürlich auch gleich, okay, externe Laufwerksplätze, die gibt es nicht, aber wenn man sich mal das Format anguckt, ein optisches Laufwerk würde hier ohnehin kaum reinpassen. I.O. Panel haben wir dafür und zwar hier oben gut erreichbar im Deckel, auch zeitgemäß mit den USB 3.0 Ports. Ja, wenn wir drumherum schauen, sehen wir, die Montage ist alles andere als werkzeuglos gelöst. Hier brauchen wir also schon für die Seitenteile einen Schraubenzieher. Offenbar lassen sich aber auch Deckel und Bodenpartie nach dem Lösen einiger Schrauben abnehmen. Da sollte man dann ganz gut handwerken können. Wir sehen hier auf der Rückseite das Kühlsystem letzten Endes. Es gibt also diesen einen 120 mm Lüfter. Und wir sehen auch, dass das ATX-Netzteil also scheinbar nicht an der Rückwand sitzt, sondern hier weitergeleitet wird mit diesem Kaltgeräteanschluss in den Innenraum. Genau. Das Window auf der rechten Seite ist natürlich etwas ungewöhnlich, aber muss ja hier in der Aufstellung nicht nachteilig sein. Man will das kleine Geräusche wahrscheinlich ohnehin auf den Tisch stellen und kann es dann ja so anordnen, dass man schön das Fenster hinein sehen kann. Was wir hier an der Unterseite noch sehen, ist der Netzteilmontageplatz. Das wird also aufrecht hinter der Front montiert, sodass dieses Frontareal tatsächlich vom Stromversorger eingenommen wird. Wir sehen außerdem Gummiringe in verschiedenen Positionen, die dann zur Montage der Laufwerke dienen. Platz soll sein für 2,5 Zoll und ein 3,5 Zoll Laufwerk. Und wir sehen hier auch die kleinen Standfüßen, die ebenfalls aus einem festen Gummi bestehen und damit das Ganze entkoppeln bzw. natürlich auch den Boden schonen. Nachdem wir jetzt hier die Seitenteile demontiert haben, können wir nochmal kurz einen Blick auf die Materialstärke werfen. Das macht alles einen doch angenehmen, robusten Eindruck. Die Kanten könnten vielleicht noch ein mühsurgsamer entkratet werden, aber an der Materialstärke selbst gibt es nichts auszusetzen. Blick in den Innenraum zeigt uns dann, dass es wirklich alles sehr minimalistisch und funktional gestaltet wurde. Wir haben also die Möglichkeit, das Mini-ITX-System in diesem Segment an einem mal verkehrt rumpositionierten Tray anzubringen und davor dann eben direkt das Netzteil. Das beschränkt die Grafikkartenlänge. Maximal können hier Grafikkarten mit bis zu 17 cm verbaut werden. Das ist nun für ein Gamersystem eher eingrenzend. Mittlerweile gibt es aber ja doch glücklicherweise einige High-End-Grafikkarten im Kompass. Hallo und herzlich willkommen. Mit Raijentech versucht sich ein weiteres Unternehmen im Gehäuse-Segment. Ursprünglich bekannt geworden sind sie ja durch Luftkühler. Jetzt gibt es aber auch schon gleich eine ganze Reihe von Gehäusen und darunter könnte das Metis durchaus als das Interessanteste gelten. Obwohl es das kleinste Gehäuse ist, ein Mini-ITX-Modell. Was es so interessant macht, das ist zum einen das Material. Es handelt sich hier um ein Aluminium-Gehäuse. Das ist zum anderen dann aber auch der Preis, denn dieses kompakte Modell wird für rund 50 Euro, teilweise sogar so ab 45 Euro angeboten. Bis zum nächsten Mal.